Borussia Mönchengladbach besiegt, sage ich mal, in einer Demonstration RB Leipzig mit 3 zu 0 und steigt bis auf Platz 6. So sind jetzt punktgleich mit den Bayern, haben los, das schlechtere Torverhältnis. Ja, Gladbach hatte heute Leipzig zu Gast. Leipzig ja in der Champions League, naja, wie in der Bundesliga nicht gerade perfekt. Und man hat auch noch Doppelbelastung. Und Leipzig, das ist irgendwie eine Berg- und Talfahrt. Letzte Woche gegen Dortmund sowas von rasiert und heute gegen Gladbach einfach mit die schlechteste Leistung der ganzen Saison gezeigt. Und ja, so verlierst du dann halt. Leipzig hat ja an sich nicht schlecht gespielt, aber Gladbach war einfach griffiger. Und Jonas Hofmann hat einen Top-Abend heute gehabt. Zwei Tore gemacht, Doppelpack. Und selbst er selber hätte alleine heute vier oder fünf Tore schießen können, vielleicht sogar müssen. Er hatte so viele Chancen. Benze Baini hat dann den Deckel in der zweiten Halbzeit drauf gemacht, mit einem wunderschönen Tor, auch wieder schwach verteidigt von Leipzig. Aber wie gesagt, alleine Jonas Hofmann hätte vier oder fünf Null, hätte das Ergebnis so hochschrauben können. Aber ich denke, man soll sich nicht beschweren. Gladbach ist besser drauf als in den letzten Jahren. Hoffentlich können sie das halten, weil Gladbach ist eigentlich ein Team, was in den europäischen Fußball gehört. Also in die Wettbewerbe. Und Leipzig, ja, da muss langsam mal was passieren. Denn sonst hat man nämlich ganz schlechte Karten und muss sich eher nach unten orientieren. Wie fandet ihr das Spiel? Schreibt es mir in die Kommentare. Daumen nach oben da lassen. Abonnieren nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video und ciao.